So, liebe Kölnerinnen und Kölner, es gibt in Köln einen Pariser Platz, aber wir wollen ja, weil wir jetzt einen Monat lang mehr Wahlkampf haben, auch in anderen Städten was Schönes tun. Deswegen werde ich jetzt den Kölner Platz in Magdeburg einweihen. Hier ist schon ein extra Gang gebaut worden, ein wunderschöner Gang, sieht sehr schön aus. Ein Kölner Platz, wunderschön, mitten in Magdeburg. Die Bauarbeiten sind vorangeschritten, unser großes Problem war, hier war einiges nicht so ganz perfekt, zum Beispiel die Schrift war zu groß, dieses Parkplatz P war zu groß. Da haben wir uns gedacht, das geht so nicht, das muss neu gedruckt werden, das muss neu gemacht werden. Es wird einen Kölner Platz hier geben, wie man sieht, wir haben auch ein geheimes Tor, das ist natürlich nur für Parteimitglieder, das ist das Kölner Tor, das Kölner Tor in Magdeburg oder wie es hier heißt, Magdeburg und mit einem guten Fläschchen, halbtrockenen Rotkäppchen-Sekt sage ich, Kölner Platz, ich weihe dich ein. Gesten sind wichtig, eine wichtige Geste in Köln ist es, original 4711 Kölnisch Wasser, wie einen Handschlag auf die Türgriffe Magdeburgs zu tun, dann machen wir ihn. Magdeburger Türgriff, ich weihe dich ein. Jedes Mal, wenn hier jemand drangreift, dann greift jemand auch an das Kölnische Hetz hier am Kölner Platz in Magdeburg. In Magdeburg. Für mich natürlich sehr praktisch, die direkte Bahnanbindung. Ich bin ja immer mit der Bahn unterwegs, das ist natürlich ein Traum. Den Kölner Platz haben wir deswegen direkt hier an den Bahnhof gelegt, aber wir haben, wir versprechen keine blühenden Landschaften, wir versprechen strahlend blauen Himmel, da ist er. Der Himmel ist strahlend blau, auch das können wir. Im gleißenden Abendlicht errichten wir hier einen Kölner Platz unter begeisterter Anteilnahme der Magdeburger Bevölkerung, auch der Delegation aus Köln, die ich auch herzlich begrüße. Sie ist natürlich umweltneutral und CO2-neutral mit dem Zug angereist. Die Sonne hat sich noch eingestellt. Hallo Sonne, hallo Abendsonne. Ja, danke, vielen Dank. Und wir versprechen eins, niemand, niemand hat die Absicht, hier eine Mauer zu bauen. East meets West. Hier haben wir natürlich ein echtes Ostprodukt. Den guten halbtrockenen Rotkäppchen, den ich sehr gerne trinke. Eine Geste der Verbrüderung und des Trinkens. Damit sind wir auch schon soweit. Und ich bitte euch alle mitzusingen. Liebe Freundinnen und Freunde hier in Magdeburg, am Kölner Platz. Neben dem Konrad-Adenauer-Platz, Konrad Adenauer, späterer Bundeskanzler. Zunächst, bevor er das wurde, aber Bürgermeister in Köln. Singen wir das Lied der Partei. Sie hat uns alles gegeben. Sonne und Wind und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind sie durch sie. Die hat uns niemals verlassen. Vor es über Brichung auch die Welt uns verwahren. Uns schützt die Mutter der Massen. Uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und genossen. Es bleibt dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Vielen herzlichen Dank. Hiermit erkläre ich den Kölner Platz für eröffnet. Prost und es lebe die Völkerverständigung. Deswegen, die Völker hat es auf dieser Fall noch einmal an. Dass es nicht so ganz schön geht. Ich bin bloß. Das war's für heute. $5.50. praises Ch學mett. $5.50. $5.50. $5.50. $6.50. Vielen Dank.